Das habe ich dir doch gleich gesagt. In diesem Land musst du erstmal vorher Geld machen. Und wenn du Geld hast, dann hast du die Macht. Und wenn du dann die Macht hast, dann kriegst du auch die Frauen. Deswegen musst du dein eigenes Ding machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.